Grüß Gott und herzlich Willkommen in Ellingen. Wir befinden uns hier in einem kleinen Barockstädtchen in Mittelfranken. Sehr idyllisch ist es hier. Vor über 200 Jahren, 1815, trifft hier der Feldmarschall Karl Philipp Fürst von Wrede ein. Er erhält die Residenz und die Wirtschaftsgebäude des Schlosses als Thron- und Mannlehren vom bayerischen König Max I. Josef. Vor allem erhält er eine Brauerei, die Schlossbrauerei Ellingen. Die Residenz ist heute nicht mehr im Besitz der Familie. Glücklicherweise ist das nicht der Fall der Brauerei. Sie wird heute in siebter Generation von meinem Mann, dem jungen und gut aussehenden Fürst Karl Christian und mir geführt. Mein Name ist Katalin Fürstin von Wrede. Ich bin die Geschäftsführerin der Fürst Karl Schlossbrauerei Ellingen. Die Fürst Karl Biere waren schon an sich immer etwas Besonderes, weil es fürstliche Biere waren aus einer Schlossbrauerei. Die Qualitätsansprüche an die Rohstoffe war immer schon sehr hoch. In dem Gebäude, das als Brauhaus gebaut wurde, waren früher auch Melzerei und Hapfellager untergebracht. Es wurde schon damals mit dem Wasser aus dem eigenen Brunnen gebraut. Heute beziehen wir feinsten Aromahopfen aus Ellingen und das Malz aus der Region von der Melzerei Wurm in Pappenheim. Unsere Biere sind mehrfach prämiert und qualitativ top. Wir haben klassische Biere. Ein Export, ein helles, ein Pils, ein dunkel, ein Keller. Und dann haben wir ein bisschen kreativere Biere, wo wir auch kalt gehopft haben. Das ist zum Beispiel das Franken-El, das Märzen, das herbe Glück und natürlich unser legendärer Josefibok. Wir sind sehr stolz, zu der erfolgreichen Marke Bayerisches Bier unserem Teil aus Ellingen beizutragen. Unser Motto ist Fürst Karl erleben. Wir als Fürst Karl sind Brauerei, Gastronomie, historische Gebäude, Feste, Sommerrodelbahn, Freizeit, Natur und Sport. Wenn man zu uns kommt, ist das ein Lebensgefühl, das man spürt. Geschichte, Tradition, unvergessliche Momente, Freundschaft, Liebe, Erinnerungen fürs Leben. All das Positive, das man auch mit dem Bier verbindet. Einzigartig macht uns alles, was sich unter Fürst Karl vereint. Das Bier, der Brauerei, der wunderschöne Biergarten, das Ambiente, die Sommerrodelbahn. Das macht uns einzigartig. Fürst Karl strahlt pure Lebensfreude aus. Fürst Karl ist ein Lifestyle. Hier arbeite ich und verbringe meine Freizeit. Mit Fürst Karl teile ich die schönsten Erinnerungen. Fürst Karl möchte ich erleben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017